Hallo zusammen, heute haben wir für euch wieder eine kleine Übung zur Ballgewöhnung. Dafür braucht ihr eine Strecke von ungefähr 5 bis 10 Metern. Wir nehmen hier von den schwarzen Steinen rechts bis zu den schwarzen Steinen links die Strecke. Ihr stellt euch an den Anfang der Strecke, macht große Schritte und gebt euch dabei den Ball durch die Beine, so wie der Leo. Achtet dabei darauf, dass euer Rücken schön gerade bleibt. Davon machen wir einmal hin und zurück. Als nächstes geben wir uns den Ball von hinten durch die Beine, das heißt einen großen Schritt machen und von der anderen Seite durch die Beine. Als letzte Variante machen wir das Ganze noch rückwärts. Dafür macht ihr schön große Schritte. Ihr könnt euch auch ein bisschen mehr Zeit lassen, das ist nämlich ganz schön kompliziert. Die ganzen Übungen könnt ihr natürlich auch häufiger ausprobieren, bis es gut klappt. Viel Spaß dabei! Viel Spaß dabei!